moin moin und herzliche willkommen zu einer neuen folge transport fieber zurück an unserem groß verteiler hier beziehungsweise und an unserem kleinen verteiler so nennen wir es mal beim letzten mal haben wir die wahrenproduktion fertiggestellt so weiter dass jetzt hier die produktion also auch läuft wir sehen das mit brettern und stahl sollte das eigentlich jetzt funktionieren und die waren sollten jetzt zu langsam aber sicher herankommen ja im moment ist es gelaufen das spiel das muss ich natürlich jetzt erstmal alles einpendeln die lkw müssen sich gut verteilen und dann sollte das aber hier kein problem mehr darstellen dann sollte das alles gut laufen auch hier zum beispiel können wir noch mal das hatte ja beim letzten mal noch gesagt dass wir optimieren müssen an der einen oder anderen stelle brauchen wir sicherlich noch mehr transport möglichkeiten wir kaufen noch mal ein paar lkw setzen die auf die warenlinie hier so weil dieses ganze stück hier müssen die ganzen lkw ist ja auch irgendwie fahren mit genügend eisenerz kohle das glaube ich erstmal gar nicht so schlecht hier zum beispiel sehen was die ganzen lkw sind alle in einer schlange unterwegs da kann man ein paar schon mal umdrehen lassen dass die sich wirklich besser verteilen auf dem ganzen teil die haben nur alle nur eingeladen das nun sie nicht dass wir abliefern zu lassen der eine ist voll das ist wahrscheinlich der erste in der reihe so und die liefern dann hier tatsächlich auch schon das material an hier staut es jetzt tatsächlich auch ein bisschen aber das praktische ist jetzt weil es zweispurig ist die warten hier weil die hier nicht einfahren können und die nach hier hinten können aber direkt vorbeifahren das finde ich natürlich sehr klasse dass das so funktioniert ich bin auch am überlegen ob wir hier vorne vielleicht die straße zweispurig machen ob das vielleicht mehr bringt wobei wir keinen durchgängigen verkehr da haben eigentlich von daher lassen wir es mal so und jetzt wollte ich eigentlich schon einen waren zu bauen das macht aber gar keinen sinn solange wir hier nicht genügend waren produzieren so und die lkw ist hier sind alle komplett mal leer da kann man vielleicht auch noch mal zwei weitere lkw drauf sitzen auf die linie und den eigentlich irgendwas gesagt was die machen ja holz 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 jetzt weiß ich ihn leider nicht wie die strecke heiß hier nicht so schlau in holz julz holz 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 berg obst so können wir das hier inzwischen eigentlich lighty irgendwie ausbauen nein so klar so sosen sie benzin für Jetzt ist hier nämlich nicht mehr so viel los, die sind hier alle unterwegs auf der ganzen Strecke. Aber das muss sich halt wirklich großartig erstmal einpendeln alles. Das sind zum Teil hier keine LKWs. Die müssen erstmal auch dolle anfangen zu produzieren, aber die bauen auch aus. Jetzt kommt also dann deutlich mehr nach Kohle. Wollen wir mal schauen, die sind aber auch alle nicht voll. Also teilweise bringen die gar keine Kohle weg. Mal ein. Wir warten und schauen uns das ganze an. So hier der Holztransport ist immer noch nicht so optimal. 64 mittlerweile funktioniert das mit dem Öl tatsächlich. Damit sollte die Produktion hier ja auch deutlich besser laufen. Wow. Potenzial ist ja wohl der Hammer, was die alles verbrauchen können. Wir haben aber insgesamt eine Produktion von 800 Werkzeug, also optimale Produktion. Das heißt, wenn wir noch mehr versorgen wollen, müssen wir zwangsläufig irgendwo anders investieren. Das ist Saalhausen hier. Saalhausen ist mittelmäßig versorgt, kann mehr Werkzeug verbrauchen. Da kommt einfach nicht genügend an, weil wir so viele Abnehmer haben, dass wir theoretisch eine weitere Werkzeugproduktion brauchen, weil mittlerweile wird glaube ich das Werkzeug hauptsächlich hier und hier wahrscheinlich verbraucht. Maschinen kommen die gar nicht. Wie sieht das mit Öl aus? Auf der Linie können noch mal neue LKWs fahren. Hier. So. Machen wir einfach noch mal drei dazu, Baumaterial. Und die große Leine bekommt auch kaum Benzin ab. Wo wird denn der Benzin, welcher? Wo bekommen die denn den Benzin her? Mit welchem LKW? Und was passt hier mit den Terminals nicht oder was? Äh? Bekommen die jetzt gerade gar kein Benzin mehr? Hatten wir das nicht wieder angeschlossen? Kann das sein, dass wir das nicht wieder angeschlossen haben? Die nicht und die nämlich auch nicht, ne? Und die auch nicht. Haben wir da irgendwas falsch gemacht? Oder hatten die überhaupt... Doch, die müssen ja Benzin gehabt haben irgendwo her. Okay. Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Hatten wir die nicht. Haben wir die nicht wieder ordentlich gemäß angeschlossen? Wir haben die Linie. Wir haben die Linie. Wir haben die Linie. Ja, der bringt Werkzeug und der Baumaterial und Werkzeug. Das heißt, auf den hier wollten wir bestimmt zusätzlich auch Benzin laden, oder? Ich meine, da haben wir einmal Werkzeug, also ganz oft Werkzeug. Und dann wird da noch ein bisschen mehr Benzin. Dann transportieren wir hier noch ein bisschen mehr Benzin weg. Ich meine, der kann ja auch noch mal ein bisschen mehr produzieren theoretisch. Theoretisch. Was ist das? Das ist der Saalhausenzug. Der nimmt mittlerweile auch kaum noch was mit, ne? Wo können wir denn noch Werkzeuge produzieren theoretisch? Haben wir hier hinten noch? Aber das ist schlecht hier hinten wahrscheinlich. Hier haben wir auch keine Fabrik. Hier. Die lässt sich aber nur per LKW bedienen. Da kriegen wir ja keinen Bahnhof hin. Hier, die wäre noch ziemlich gut anzuschließen. Auch wieder per Bretter. Hier haben wir Holz und Bretter sehr nah. Per LKW sehr gut machbar. Bretter hätten wir an... Das würde auch reichen. Wir bräuchten theoretisch nur Bretter für Werkzeuge. Andere Frage wäre... Wie transportieren wir das ab? Die Werkzeuge... Na gut, doch hier. Hier. Auf diese Strecke. Über Bokenau. Hier runter. Über Saarbrücken. Bis nach Saalhausen. Oder hat Saalhausen noch eine bessere Anbindung? Für Waren zum Beispiel würde ich gerne von hier. Wenn holen. Für Saalhausen. Hier sind es noch mal Werkzeuge, die ist besser. Die wäre besser. Hat allerdings keine Bretteranbindung. Würde auch Stahl reichen. Würde auch Stahl reichen. Hätten wir hier. Oder hier. Ja, müssen wir mal überlegen. Weil Saarbrücken, zumindest Saarbrücken würde ich auch gerne ans Lebensmittelnetz anschließen. Okay, die sind alle sehr weit weg von Saarbrücken. Wie machen wir denn das? Können wir die irgendwie anschließen, die so weit weg liegen? Ich meine der, aber das ist auch eine relativ lange Strecke. Ja gut, dann wäre es so, dass wir. Schauen mal. Saalhausen dann würde eventuell. Es ist auch kacke. Den Saalhausen. Zug würde ich schon gerne behalten, oder? Also ich meine, wir könnten die Lebensmittel. Jetzt vielleicht hier produzieren. Ist auch scheiße. Ne, ähm. Hier. Hier. Und dann nehmen die Züge das noch mit hier runter. Das würde ich mal testen. Ob das dann hier hinten ankommt, ist eine andere Sache. Das geht aber. Die produzieren ja auch noch nicht voll. Die auch noch nicht. Das könnte man zum Beispiel machen. Das finde ich gar nicht so schlecht, glaube ich. Hier die zweite Produktion auch noch anschließen. Dann würde ich dem hier zum Beispiel einen zweiten Straßenanschluss geben wollen. Das funktioniert aber aus irgendeinem Grunde nicht. Irgendwo. Ah, das Ding passt nicht. Mal ganz kurz weg. Ja, dann geht das. Das möchte ich gerne machen. Dann können wir nämlich hier noch mehr Lebensmittel herholen. So. Dann können wir nämlich. hier. Oder. Wartet mal. Schade. Ich dachte jetzt vielleicht, dass es eventuell ganz knapp reichen könnte hier. Ne. Ist aber nicht der Fall. Ok. Dann müssen wir jetzt tatsächlich eine LKW Route bauen. Ah, wie ärgerlich. Also. 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 So machen wir es. Und dann kann das wirklich hier so. Falsch rumgedreht. So hin. Und dann können wir hier. Ja. Da kann man eigentlich große einsetzen. Wobei. Ne. 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 Besser ist auch hier zum Beispiel, dass die verschiedenstes Material transportieren können. Wie. Können die alle nicht, ne. Es gibt. Gibt es keinen. Ne. Gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Okay. Nur der. Hier. Machen wir es. Machen wir. Der. Der muss ja jetzt hier Kühe, Weizen und Lebensmittel hin und her transportieren. Auch auf dem Stück. Dann ist der nämlich auch angeschlossen. Okay. Aber dann müssen wir mal gucken, wie wir die Lebensmittel hier vielleicht weiter teilen können. Zum Beispiel hier. Das ist zu viel für das eine kleine Teil hier. Das müssen wir eventuell auch nochmal umbauen. Und dann können wir theoretisch Lebensmittel von hier noch mehr dahin bringen. Den Saalhausenzug, dass der die Lebensmittel mitnimmt. Den könnte man dann theoretisch auch noch umbauen. Wenn wir eventuell die Werkzeuge noch von woanders her holen oder so. Wobei, was sagt denn der Zug hier? Was ist denn der gerade? Der steht hier. Ne, hier ist der Saalhausenzug. Der andere ist gerade reingefahren oder wie? Naja. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Für heute würde ich sagen ist die Folge lang genug. Wir schauen uns das alles an. Beim nächsten Mal geht es weiter. Guck mal, der Zug wird zum Beispiel jetzt richtig voll. Das läuft hier. Das läuft sehr gut. Aber Saalhausen und Saarbrücken sollen halt besser angeschlossen werden. Das machen wir nicht mehr heute. Das schaffen wir nicht. Das dauert wieder ewig, bis wir das richtig hinkriegen. Hier müssen wir auch mal gucken. Wie gesagt, demnächst. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und dann auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wäre top. Bis dann. Euer Kenzock. Bye, bye.